Hey Leute, heute mit einem kleinen Video zum Grundverständnis. Sowohl in Beziehungen als auch bei Ex zurück als Grundlage von No Contact. Ungewissheit. Ein Zustand, der schon bei einem Funkeninteresse dafür sorgt, dass innerlich und unterbewusst in eine Sache oder in den Menschen investiert werden kann, um einen Wert vor sich selbst zu erzeugen. Der Kontext hierbei bzw. wann ich es meistens erklären muss, ist während der Kontaktaufnahme meiner Ex oder wenn man die Trennung gerade hinter sich hat und wissen will, was jetzt zu tun ist. Das lässt sich später aber auch auf neue Beziehungen und das Dating ummünzen, aber da kommen wir später zu. Erstmal ist wichtig zu wissen, dass das, was immer verfügbar ist, aus einem bestimmten Grund weniger wert ist. Weil es keinen Aufwand braucht, man nichts dafür tun muss und man weiß, dass man es jederzeit haben kann. Das ist gewiss. Nicht ungewiss. Genauso schädlich und nicht investierenswert wäre es, wenn man ganz genau wüsste, dass man es nicht haben kann. Ist auch wieder gewiss, weswegen Blocken, Ignorieren usw. klare Zeichen sind, die nicht dazu anregen, innerlich weiter in eine Person zu investieren. Klar, wenn man emotional abhängig ist, die Beziehungsdynamik sich gedreht hat und man verlassen wurde, dann macht man sich Hoffnung und schafft eine eigene Ungewissheit aus den Möglichkeiten, die man sich selbst hin rationalisiert. Aber in normalen Situationen, bei beispielsweise einem Trennenden, bringt das nichts. Ich rede in Coachings immer davon, dass die Ex beispielsweise ein Fragezeichen über dem Kopf haben muss. Kein Ausrufezeichen. Der Best Case ist immer, dass man die Trennung akzeptiert, sich rumdreht, geht und auf sich selbst konzentriert. No Contact von eurer Seite aus. Zur persönlichen Entwicklung und um genau dieses Fragezeichen zu erwirken. Durch eine selbstbestimmte Aktion. Man lässt sich nicht auf Spielchen oder Freundschaft ein, weil man im Mangel ist und ihr dieses Zepter übergibt. Oder anders gesagt, man zeigt ihr nicht offensichtlich, wie bedürftig man ist und pflanzt ihr damit ein großes Ausrufezeichen über dem Kopf, mit dem sie sich dann beruhigt weiter von euch entfernen kann. Sie wird sich von euch entfernen. Sie hat es schon vor der Trennung getan. Aber tut sie das mit Ungewissheit oder Gewissheit? Jetzt aber nicht verzweifeln, wenn es nicht optimal abgelaufen ist. No Contact ist was, was jederzeit angefangen werden kann. Die Ungewissheit kommt dann üblicherweise nach einer gewissen Zeit, in der kein Kontakt bestand. Je länger sie allerdings davor gesehen hat, wie ihr euch zum Affen macht, bedürftig seid und ihr nachjagt, desto gefestigter ist ihr Eindruck von euch. Und desto klarer sieht sie quasi weiter in die Zukunft. Ungewissheit könnt ihr euch wie eine Nebelwand in der Zukunft vorstellen. Darin wird nichts mehr tatsächlich gewusst. Was macht er? Wie ist er wohl drauf? Wie würde er auf mich reagieren? Ist er noch eine Option? Geht es ihm besser? Hat er sich wieder im Griff? Und, 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 und. Das sind alles Sachen, die sie nicht mehr weiß, wenn sie mal da ankommt. Und das allein wäre vollkommen egal, wenn das passende Gefühl dazu nicht mehr kommt. Aber als Trennender hat man eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen. Und wenn es gegenüber einem keine Bestätigung dafür gibt, ist der Weg frei für mögliche Zweifel. Beziehungsweise die Verteidigungshaltung, in die sich vor der Trennung begeben wird, um die Trennung durchziehen zu können, wird nicht bestätigt. Man denkt als Trennender immer über die Möglichkeit nach und stärkt seine Trennungsgründe bzw. seine Entscheidungen, damit man diese durchsetzen kann. Man hat Zweifel, Probleme, Druck. Und eine Trennung ist immer auch schwer. Da will man nicht mehrmals durch. Das heißt, man setzt sich in eine relativ starre Position, an der nicht mehr zu rütteln ist. Dahinter sind immer noch positive Gefühle, die sich in die Kategorien Vertrauen, Bindung, Zuneigung, Respekt usw. einteilen lassen, die das negative Gefühl aber nicht überwiegen. Und ohne die Anziehung sind diese auch nicht mehr so viel wert wie vorher. Die Entscheidung, das beenden zu müssen, ist getroffen. Jetzt geht es nur noch um die Umsetzung. Hier wird davon ausgegangen, dass ihr es möglicherweise nicht gut aufnehmt und üblicherweise auch nicht direkt akzeptiert. Dagegen wird sich gewappnet. Das ist gerade heutzutage der Durchschnitt. Hier kann man ihr das erste Fragezeichen in den Kopf setzen. Habe ich ihn so falsch eingeschätzt? Habe ich die Situation falsch eingeschätzt? Liegt mein Gefühl so falsch, dass ich ihm zugetraut habe, dass er mir die Trennung schwer macht, weil er selbst nicht klarkommt? Dieses Fragezeichen kann auch so mit der Zeit kommen. Das Video No Contact Phasen aus Sicht des Trennenden beschreibt den Verlauf genauer. No Contact ist hierbei hauptsächlich ein Tool der Selbstentwicklung, welches aber gleichzeitig dafür sorgt, dass ihr keine Gewissheit in ihr auslöst. Das Prinzip, welchem ihr euch jetzt bedient, ist eher passiver Natur. Kein Mensch kann davon ausgehen, dass ihr nach einem so harten Cut wie der Trennung keinen Umschwung in eurer Einstellung erlebt. Welcher Natur dieser jedoch ist, ist ungewiss. In welche Richtung entwickelt ihr euch jetzt? Die Ex steht nur so lange mit euch in Kontakt, wie ihr das zulasst. Grenzsetzungen sind das Mittel der Wahl, damit sie nicht unter einem bestimmten Gefühl wieder auf euch zukommt, mit dem ihr arbeiten könnt. Würdet ihr den Kontakt halten, hätte sie unterbewusst immer Zugriff auf euch und allein das sorgt dafür, dass die Ungewissheit nicht ausgespielt werden kann. Eine Frage, die hierzu immer wieder kommt, ist, ob man abtauchen oder sein Leben so weiterleben oder ob das bewusste Zeigen seiner Entwicklung etwas bringt. Erstmal, das direkte Zeigen eurer Entwicklung unterbricht den Prozess, in die Ungewissheit abzugleiten. Das ist kontraproduktiv. Es geht bei ihr, um den unterbewussten Prozess getriggert werden zu können, da rein investieren zu können und sich im Verlauf gefühlsmäßig wieder reinzusteigern. Wenn ihr etwas so offensichtlich an sie Gerichtetes macht, dann kann sie diesen Prozess unterbrechen, weil sie sowieso in der Verteidigungshaltung euch gegenüber ist und sowas nur dazu anregt, dass sie denkt, der macht das nur für mich. Folge? Unattraktiv. Du wirst so abgespeichert. Auf der anderen Seite, wenn ihr euer Leben mit dem Fokus auf euch selbst lebt und ab und zu mal was von euch postet, ohne sie im Hinterkopf oder als Botschaft an sie gedacht, dann bleibt Ungewissheit vorhanden. Euer Frame ist hier wichtig. Gerade auf Social Media gibt es immer nur Ausschnitte aus eurem Leben, in die viel rein interpretiert werden kann. Sind diese zu gestellt, zu offensichtlich, fröhlich oder so irgendwas, dann kauft euch das kurz nach einer Trennung keiner ab. Das ist nicht mehr als ein dummes Spiel, welches euch innerlich mehr investieren lässt als sie. Aber es ist nicht schädlich, wenn ihr das mit Fokus auf euch selbst macht. Was erfährt sie denn da über euch? Irgendeine Aktion von euch oder wo ihr euch gerade rumgetrieben habt? Toll, das kann jeden Grund gehabt haben. Merkt euch einfach, dass sowas keinen Einfluss hat, weder positiv noch negativ. Ihr aber auch nicht abtauchen müsst, es sei denn, es dient dazu, euch selbst innerlich zu schützen. Social Media zu löschen ist manchmal nicht die schlechteste Idee, wenn es um eure psychische Gesundheit geht. Letztendlich sind wir hier aber wieder beim Thema. Nach einer gewissen Zeit ist es üblich, dass einige Dinge zusammenkommen und hier ist dann die Frage, wie das Verhältnis von Gewissheit und Ungewissheit bei ihr wirklich aussieht. Hat sie die Not, darüber nachzudenken, aus unterbewussten Geschichten wie Bindung, Trigger an dem Fading Effect Bias und Dumbass Remorse heraus? Je schwerer sie es hat, ohne plausible Abstreitbarkeit auf euch zuzugehen, desto wertvoller ist ihre Meldung auch wieder, weil ihr wisst, okay, da ist innerlich erstmal viel passiert. Also es ist besser, je klarer es ist, dass sie das tut, obwohl sie es nicht müsste und der Grund zu sein scheint, dass sie sich euch verbunden fühlt. Auch hierfür ist die Trennung und No-Contact wichtig. Gebt ihr Raum und Zeit. Je mehr Kontakt besteht, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerlich durch Investment in euch an den Punkt kommt, den Wert der Bindung zwischen euch zu erkennen und wirkliches Interesse an einer erneuten Beziehung mit euch zu entwickeln. Ihr müsst immer bedenken, die Ungewissheit geht mit dem üblichen Abbauen der Zweifel und negativen Gefühlen einher. Emotionale Offenheit kann daraus entstehen. Und wenn ihr euch weiterentwickelt, haut das in keinem Moment mehr rein, als wenn ihr nicht klar war, was aus euch werden kann und wie ihr wieder auf sie wirken könnt. Welche Gefühle ihr wieder in ihr auslösen könnt. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Also denkt dran, Ungewissheit als ein Fragezeichen über ihrem Kopf ist immer besser als ein Ausrufezeichen, wenn ihr es nochmal versuchen wollt. Es ist keine Garantie. Die gibt's bei Beziehungen aller Art aber nie, da immer zwei Menschen mit zwei Leben und unterschiedlichen Zielen, Gefühlen und so weiter involviert sind. Ihr maximiert damit aber die Chancen. Und wenn ihr euch das jetzt so angehört habt, ist euch hoffentlich auch klar, weshalb in Beziehungen selbst Ungewissheit zu einem gewissen Grad mit dazugehört. Nicht, weil man die Beziehung manipulieren will oder denkt, dass es so sein muss. Nicht aus dem Mangel oder durch Frame-Verlust, weil man Angst hat, sie zu verlieren. Sondern aus zwei Hauptgründen. Einmal erst ich, dann du, dann wir. So funktionieren Beziehungen. Das Glück, welches man in der Beziehung teilen will, muss erstmal selbst aufgebaut, erschaffen und durchlebt werden. Man hat weniger zu bieten, wenn man die Beziehung oder das Gegenüber vor sich selbst stellt. Und das wird mit der Zeit, die man aufeinander hockt, dann immer offensichtlicher. Punkt 2. Es geht um Qualität, nicht Quantität. Partnerschaftliche Bindung wird schneller aufgebaut, wenn die Anziehung hoch ist. Dafür braucht es nicht viel Zeit, sondern punktuell qualitativ intensive Momente. Sieben Tage die Woche aufeinander zu sitzen, mag sich erstmal gut anfühlen, weil man subjektiv so empfindet, als wäre es immer so intensiv wie am Anfang. Aber man kommt schleichend in einen Prozess, in dem das alles immer mehr an Wert verliert. Anziehung geht verloren, weil man nicht mehr so viel Zeit für sich selbst hat. Man muss nicht mehr so viel erzählen, weil das Gegenüber sowieso immer weiß, was Sache ist und was man tut. Es muss nicht darüber nachdenken, was man gerade tut. Es hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf statt ein Fragezeichen. Schaut zu, dass ihr eure Routinen beibehaltet und die Zeit, die ihr zu geben habt, nur in dem Maß steigert, in dem ihr die Qualität so gut es geht halten könnt. Konzentriert euch in der Zeit aufeinander und pfeift drauf, dass alle den Alltag als was ansehen, was sowieso irgendwann mal kommt. Habt höhere Ansprüche an eine Beziehung und verkopft es nicht allzu sehr. Das Ziel sollte nicht sein, dass ihr am Ende dasteht und in offener Kommunikation aussagt, dass mehr als dreimal die Woche generell keine Option ist. Das Ziel sollte der Fokus auf euch sein und damit weniger Zeit, die ihr gelangweilt zusammen auf der Couch Netflix glotzen könnt, damit ihr etwas Erzählenswertes erlebt und euer Leben wirklich einen Wert hat, den ihr teilen könnt. Das hält interessant. Nicht die Frau auf Abstand zu halten, weil man denkt, dass es gut für die Beziehung wäre. Mein Lieblingsmantra an der Stelle. Fokus auf euch. Klappt immer. Schafft und stabilisiert euren Frame. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.